Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Village Und ja, wir sind auf dem Server mit dem lieben National, mit dem lieben Dragon und mit dem lieben Dennis Da drüben sehen wir nicht schnell, der scheint hier wohl Spionage zu betreiben Oha, oha, oh nein, war da mein Hund, bleib, bewegt dich ja nicht So, ja, ich habe gerade gesehen, hier ist der Kuchen, wie geil ist das denn bitte und eine Rakete, also finde ich richtig nice, richtig, richtig nice Und ich würde sagen, ich esse erst mal ein bisschen was Die Rakete, die behalte ich Und ja, ich würde sagen, das letzte Mal stehen geblieben, sind wir bei der Mühle hier drüben Die noch nicht ganz fertig ist Oha Wer ist das? Hier baut Dennis Wow, schickes Zuhause Wollt ihr sonst noch jemand? Ne, ich glaube nicht Das war Bongo Bongo, oder? Ja, das war Bongo Ja, dann laufen wir mal zurück zu der guten Stube So Das Schweinchen haben wir auch noch Und ja, ich habe zwar letztes Mal gesagt, dass ich Farmen gehe Und das hat sich, habe ich dann wohl doch nicht hingekriegt Aber ich habe ein bisschen was dabei, also es könnte eventuell reichen So Die Frage ist jetzt nur Ich glaube, hier kommt es dran Und es müssten Zehn Stück sein Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Und die Zehn Das gleiche Auf der Seite Na, jetzt eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Und Zehn So Jetzt ist nur die Frage, ne? Sieht das zu übertrieben aus? Wer kommt da? Neymar So Ne, das geht voll in Ordnung Das geht Das geht, das geht, das kann man lassen Das ist gut Okay Dann müssen wir die Zehn nur noch nach unten und nach oben machen Also hier Eins Zwo Drei Vier Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Und Die Zehn Ja, ganz toll Ne, dann können wir doch nicht Zehn machen Würde sagen, dann machen wir Warte mal, wo habe ich das jetzt hingemacht? Hier Und Hier So Dann machen wir nur acht, kommt Ist jetzt auch nicht schlimm Immerhin acht Wo war jetzt der Aufgang? Da So Wieder hochgehen Das heißt hier drüben nochmal zwei stück weg machen So Und so Und hier auch nochmal, oh, Alter ist die Wüste geil Nice Nice So Und wie ich sagen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Perfekt Und ich habe schon wieder Hunger Ja, meine Freunde Wenn ihr dieses Video seht Ist ja das 100 Abonnenten Special Schon längst draußen Und ja Ich hoffe es hat euch gefallen Ich habe es mir auch Erst vor kurzem angeguckt Wieder Und muss sagen Ich finde es echt nicht schlecht Auch wenn Die Cuts manchmal scheißer sind Und Es viele Fehler gibt Aber ganz ehrlich Kann passieren Kann passieren Und ja Ich glaube das Video hat jetzt schon 16 Likes Aber da fanden Dislike Aber gut Damit kann ich leben Aber trotzdem echt Positive Bewertung Was ich echt richtig nice finde Von euch Aber leider kam Kam jetzt eine Zeit lang Keine Videos mehr Wofür ich mich natürlich auch entschuldige Nationals natürlich auch Aber Ja Es wollte nicht sein Dass wir aufnehmen Weil erst Nationals Toll PS Playstation Plus Abgelaufen war Und Ja Es hat dann nicht ganz mit dem bestellen geklappt Also da gab es ein paar Komplikationen Und Dann haben wir halt keine Möglichkeit gehabt Das aufzunehmen Und das beste war ja dann auch noch Dass Wir Einen Tag Ach leck mich doch Jetzt noch mal Dass wir einen Tag was aufgenommen haben Oder abend Und Da haben wir auf unserer MindTube Server gespielt Und Ich habe alle Leute teleportiert und so Und dann hat er schnell aufgenommen Und dann war es schon so spät Und er musste Aufgehen Oder er gesagt ins Bett Und Dann hatte ich keine folgen Und das war natürlich etwas Beschissen Darum kam am Sonntag Jetzt kein Video So Da haben wir auch noch mal hin hingesetzt Was natürlich auch blöd gelaufen ist Aber naja Ich kann nicht viel ändern Wenn nichts kommt Tut es mir natürlich leid Aber es kommt ja jetzt immerhin etwas Ich denke mal Dass Das Video am Mittwoch hochgeladen wird Ne am Dienstag Nicht Mittwoch Mittwochs laden wir ja gar keine Videos hoch Und Danach werde ich dann mal gucken Vielleicht nehme ich für euch eine Runde Bedwars auf Oder Survival Games Dann lasst euch mal überraschen Aber auf jeden Fall wird mal wieder hoffentlich ein bisschen mehr Action kommen Ich hoffe auch jedes Mal falsch So Dass sie jetzt nicht durcheinander kommen Der kommt Warte mal Ich habe hier den gemacht Das heißt dass hier der andere Zaunen kommt Na Komm Komm Ja doch genau so Muss es aussehen Aber das ist noch nicht fertig Denn ich brauche noch mehr Zäune Weil eine Reihe sieht scheiße aus Da brauche ich doch zwei Und dann gucken wir doch mal Na Renn weiter Wo denn hier Birken sind Einmal haben wir hier eine Ah da drüben sind sie Hoppala So Na Komm Jetzt Boah das ist aber auch wieder ein scheiß Wetter heute Den ganzen Tag nur Regen So Hier haben wir noch ein bisschen was Oh geil Oh ihr seht schon Ich habe so ein geiles Goldschwert Das verzaubert ist Mit Bann Das werde ich mir erstmal in so einen Bilderrahmen hängen In meine Bude rein Die ich denke ich in der nächsten Folge Wenn das Rad hier Das Dingsbums fertig ist Werde ich an meiner Bude ein bisschen weiter bauen Ich würde sagen Da wo die Leiche lag Da mache ich mir meinen Garten hin Und Ja Und dann werde ich eventuell noch eine Etage tiefer bauen Dass ich so richtig Geilen Keller habe Und da werde ich dann Kisten Bunkern Wenn es klappt Ey ich habe keine Erde mehr Komm jetzt Hä was ist Na doch So 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 Und so Oh jetzt wird es dunkel Wir sollten gleich ins Bett gehen Oh herrgott Was ist denn jetzt los Bevor die ganzen Creeper Und Monster Schön kommen Sonst ist die ganze Mühle Weg Weiß ich ein Creeper gedacht hat Vor Wut Dass die Welt hier so verschändelt wird Geht er erstmal in die Luft Kabumm Oh Bei Nationalist Disco Hey Da muss man gleich nochmal vorbeigehen Zack Wenn ich das fertig gemacht habe So Ich werde mal Wenn wir dann Ne Wenn ich dann Offline weiter zock Dann werde ich die ganze noch ein bisschen Verschönern Nur mit ein paar Treppen und so Einfach dass es ein bisschen schöner aussieht Und ich denke ich werde dann noch ein paar Fackeln hin platzieren Und äh Ja Vielleicht werde ich noch ein paar Felder anpflanzen Das dann denke ich mal mit euch Außer halt wenn es richtig langweilig wird Was ja oft mal sein kann Dann will ich euch das natürlich auch aschbaren So Na Oh Alter Immer diese Scheiß Äh Nicht Treppen Oh Was bin ich denn heute schon wieder so verplant Egal So Da drüben ist schon der erste zombie Der stress will Na haben wir jetzt endlich fertig gegessen So Dann gehen wir doch mal weiter weg Und gucken mal Nice Nice Oh der hat aber auch ein schönes ding So jetzt kommt der creeper auch noch Der willst wissen Au Scheiße Zu wenig leben Oh das sieht doch schön aus Nice Der penner folgt mir ja immer noch Ja klar Ja klar Da steht auch nochmal einer Leute das habt ihr nicht gesehen Das war eindeutig nicht ich So Ich würde sagen wir gehen hier mal auf den Baum rüber Wenn es klappt Ja es klappt So Oh Leute doch es sieht echt nice aus jetzt Kann man so lassen Kann man echt so lassen Ja Freunde ich würde sagen Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin Leute Ciao